Einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Seele, schön, dass du eingeschalten hast hier bei mir. Timos Lichtblick, Karten legen mit Herz und Humor. Wenn du mehr über mich erfahren willst, in der Videobeschreibung findest du Webseite, meinen Shop mit handgefertigten, für dich persönlich energetisierten Heilsteinschmuck und natürlich auch der Newsletter oder die sozialen Netzwerke. Wir gehen heute, wie das Video schon sagt, in die Thematik hinein. Meine Liebe, wo bin ich blockiert? Das ist oft eine Frage, die man sich stellt, was fehlt so noch, um wirklich glücklich zu sein. Es sind aber auch Themen, denen man sich ungern stellt, aber wir wollen heute trotzdem mal hineinschauen und hoffen, dass die Positivität überwiegt. Wir beginnen sofort. Dein Hint, deine Hilfestellung vom Universum heißt heute, nur heute ist Wahltag. Heute erlaube ich mir den ganzen Tag über, bewusst zu wählen. Ich wähle, ob ich zu Fuß gehe oder mit dem Auto fahre. Ich wähle, ob ich Mittagspause mache oder nicht. Das Fenster öffne oder es geschlossen halte. Ich wähle und stelle am Ende des Tages fest, ich habe unendlich viele Wahlmöglichkeiten. Wenn wir diese Karte jetzt schon mal richtig begutachten, dann wird uns schon mal auffallen, dass es hier heißt, wir haben unendlich viele Wahlmöglichkeiten. In der Liebe ist es genauso. Bloß sollte die Wahl als allererstes immer auf dich treffen, nämlich die Selbstliebe. Die Wahlmöglichkeit, die wo dir hier aufgezeigt wird, zeigt einfach auf, dass du für dich noch nicht ganz entwickelt hast, was du alles brauchst bei einem Partner. Sprich, Aussehen, Charakteristika, welche Genre vom Beruf soll er ausführen und so weiter und so fort. Dass du hier wirklich dein Bild malst, wie die Perfektion, in Anführungszeichen, die es dann natürlich nicht gibt, außer für dich persönlich nur, wie die aussehen würde. Und das darfst du heute vollführen. Sehr, sehr schön. Dazu heißt es nämlich, zeige Liebe. Finde heraus, was den Menschen, die du liebst, wichtig ist und handle danach. Also, das ist ein sehr, sehr guter Übergang, schon mal für die erste Zeile. Denn zeige Liebe in der Wahlmöglichkeit. Heißt, überall, wo du nach Liebe handelst, wirst du auch Liebe zurückbekommen. Heute kannst du dich also entscheiden, wähle ich die Liebe oder wähle ich eher Desinteresse. Was sendest du aus und was wirst du bekommen? Das ist heute von großem Belangen. Deine Verstandsseite sagt, nur an diesem einzigen Tag entscheide ich mich dafür, keine Vergangenheit zu haben. Ich vergesse alles, was ich erlebt und erfahren habe und lebe nur heute. Und da haben wir im Verstand einfach die Blockade schon richtig gut signalisiert bekommen. Es ist die Vergangenheit, die dich auffällt. Was kann man natürlich tun, um die Vergangenheit aufzuarbeiten? Da gibt es viele Thematiken. Natürlich kannst du dich mit dir selbst beschäftigen. Hier sowieso auch die Wahlmöglichkeit. Ich wähle im Hier und Jetzt zu sein. Also auch sehr schön, dass das Herz da richtig führt. Aber es ist auch Thematik, dass man sich manchmal helfen lassen muss. Vielleicht in einem Coaching, vielleicht mit Energiearbeiten und vielen mehr. Es gibt ja heutzutage zahlreiche Möglichkeiten. Du kannst dich auch bei einem Heilpraktiker, kannst du dir auch helfen lassen. Es geht hier wirklich nur darum, wirklich zu erkennen, was aus der Vergangenheit sind denn so die Punkte, die dich blockieren im Hier und Jetzt. Für die Seelenliebe heißt es, schätze diesen Augenblick. Jede Situation birgt in sich die Chance zu wachsen und Liebe zu finden. Das spricht schon sehr dafür, dass du die Liebe finden wirst, wenn du beginnst, den Augenblick zu schätzen. Also wirklich dich von der Vergangenheit zu trennen. Nicht nur heute, am besten für die ganze Zeit. Nicht vergessen, was geschehen ist, sondern verarbeitet mit neuem Wissen weitergehen. Ja, so nenne ich das gerne auch in meinen Coachings. Weil alles, was passiert ist, war ein Lernprozess. Du wärst nicht die Person, die du jetzt bist, wenn du das nicht erlebt hättest. Du kannst dich dadurch vielleicht empathisch bei manchen Leuten viel besser einfühlen. Du kannst für dich selbst natürlich handeln, aber du darfst diese Vergangenheit nicht dein Hier und Jetzt bestimmen lassen. Wir schauen mal, wie diese Blockade sich lösen lassen kann. Also die Vergangenheit liegt hier auf jeden Fall im Zyklus einer alten Beziehung. Hier hast du seelischen Schaden erlitten, aber du bist da auch gut am Verarbeiten derzeit. Du bist schon sehr, sehr bereit, deine Blockaden anzugucken. Das ist sehr wichtig, denn in deinem Zyklus, den du jetzt durchgehst, gerade was Partnerschaft betrifft, möchtest du schon einen Partner, der auf deiner Wellenlänge ist, der auf deiner Seelenfrequenz mitschwingt und nicht nur einen Partner, um einen Partner zu haben. Das ist ja auch wieder so eine Next Level, also eine höhere Stufe im Bewusstsein. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Du musst aber hier jetzt wirklich beginnen, etwas in deine Emotionen zu lassen. Nicht immer die Starke spielen, nicht immer den Starken spielen, wenn du ein Herr bist natürlich, sondern eher auch mal rückblickend ansehen, wo habe ich zu wenig gehandelt, wo habe ich zu viel mit mir spielen lassen. Das wird dir einfach aufzeigen, in welchen seelischen Weg du jetzt gehst. Du bist nämlich sehr, sehr gut in deinem Schicksalsweg, gerade auf deinem Seelenweg unterwegs, aber es fehlt noch etwas und das gehört eben zur Heilung. Aber da der Engel dabei ist, ist die Heilung nahe. So, ja, wir haben hier auch die Heilung, wie schon gesagt, in deinem Schicksalsweg drinnen. Wir haben hier auch die Sicherheit für eine neue Beziehung. Sind wir mal gespannt, was hier kommt, denn die Emotionen liegen auch in der Sicherheit, aber du musst dich eben auch öffnen für die Emotionen. Du musst dich öffnen für die Emotionen und alte Verhaltensmuster, die fest verankert sind, musst du gehen lassen. Oder was heißt muss, solltest du gehen lassen, reden wir besser so. Du solltest dich öffnen, gerade gegenüber fremderen Menschen, also jemand Außenstehendes, so wie ich zum Beispiel, weil man hier die besten Ratschläge geben kann, die besten Taktiken, deine Verhaltensaufgaben zu erarbeiten oder auch vielleicht dich in deine Heilung zu führen, in deine seelische Heilung oder Selbstheilungskräfte natürlich zu aktivieren. Denn auch der spirituelle Weg ist für dich vorbestimmt, wenn du dich hierfür öffnest. Wir haben also drei Schicksalswendungen der Öffnung da, in den Emotionen, die Festgefahrenheit soll aufgelöst werden. Hoffe ich mal. Ganz genau. Die soll aufgelöst werden, hier musst du wirklich in die Tat gehen. Das passiert, wenn du mit einem spirituellen Begleiter in die Tat gehst. Also wäre hier anzuraten, ein Coaching oder auch eine Energiearbeit mit einer Kartenlegung wäre hier nicht geholfen. Von meiner Seite aus. Natürlich gibt es ganz, ganz viele andere Kolleginnen und Kollegen, die dir sicherlich auch helfen können. Lass da einfach dein Gefühl entscheiden. Wir haben nämlich die Thematik, dass wenn du hier in die Tat gehst und gerade dich für deine Emotionen einsetzt und diese auch bearbeitest, dass wir hier diese wundervolle Öffnung bei dir zentral liegen haben, die dir ebenso aber die Sicherheit gibt. Sie löst Altes, was sehr, sehr lang an dir gehaftet hatte, löst es ab und gibt dir neue Energie. Denn der himmlische Beistand ist überall bei dir. Der himmlische Beistand führt dich jetzt auch gerade in den nächsten zwei, drei, vier, höchstens vier Wochen in karmische Konflikte, Konflikte, die aber in die Lösung gehen, weil wir die Sicherheit dabei haben. Sind wir mal gespannt, welche das sind. Ja, das ist die Arbeit an deinen Emotionen. Wir haben sie jetzt hier doppelt liegen. Die Firma zeigt dir auf, oder Fabrik zeigt dir auf, dass du hier in dem Bezug dich öffnen musst. Du musst einfach offen werden für Arbeit am inneren Schweinehund. Ja, es ist die schwerste Arbeit. Wir geben das schon zu, aber sie ist nötig, dass du vorankommst. Ja, und hier siehst du einfach Hilfe annehmen, Hilfe geben. Wenn du jetzt zum Beispiel auch Beraterin oder Berater bist oder Coachin, Coach, dann solltest du hier jetzt auch auf die Menschen zugehen. Ja, denn derzeit ist einfach die Sicherheit am größten mit und an sich selbst zu arbeiten. Wir haben hier nämlich die Thematik liegen, dass wir vom Universum auch viel Zeit geschenkt bekommen, die für uns in erster Linie nicht schön ist, weil wir in gewisser Weise hier eingeengt werden, weil mit uns hier ein wenig, naja, über uns bestimmt wird. Was aber auch vom Universum eine gegebene Hilfe ist, ja, die dich in deine Sicherheit führt, auch wenn du dich gerade sehr unsicher fühlst. Hier in deinen Schicksalsweg gehst und als Institution in dir erwachst innerhalb von vier bis fünf Wochen. Da musst du jetzt nur beginnen, an dir zu arbeiten, die Vergangenheit mal ruhen zu lassen, den Augenblick zu schätzen, die Liebe auch wirklich zu zeigen, dann ist die Liebe nicht mehr weit von dir entfernt. In meinen Augen hast du sehr, sehr viel Potenzial, jetzt eine richtig wundervolle Bindung einzugehen, die nicht mehr lange auf sich warten lässt, die sehr, sehr spirituell ist, die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gibt und auch Zuneigung zeigt, vor allem aber auch Wertschätzung. Du musst nur beginnen, alte Verhaltensmuster aus alten Beziehungen zu lösen, indem du Hilfe nimmst oder gibst. Die Lösung liegt bei dir. Vielen Dank fürs Zuschauen.